Was ist jetzt angenehm? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, na geh, ach so ein Scheiß, hallo? Hallo, ist da wer nebenan? Hallo, ich hab gerufen, hören Sie mich? Ja. Na Gott sei Dank, Sie müssen wissen, da ist kein Klopapier mehr. Aha. Ich glaub, Sie haben mich nicht verstanden, ich brauch ein Klopapier, und da ist kein Klopapier mehr. Haben Sie vielleicht ein Rollen drin, was man Buren kennt, ne? Nein, da ist auch kein Klopapier. Na geh. Das war ein Scherz. Ein Rollen ist noch da. Na Gott sei Dank, Gott sei Dank. Jetzt haben Sie mich aber schon einen Schrecken eingejagt. Ja, können Sie mir vielleicht die Rollen umgehen? Was ist es Ihnen denn wert? Schon wieder ein Scherz, ha? Ist kein Scherz. Was zahlen Sie denn? Aber ich bitte Sie, ich muss dringend eine auf eine Besprechung. 20 Euro. Sind Sie verrückt? Einen Euro können Sie vielleicht haben. Wenn das Klopapier auch ist, dann ist was wert. Na gut. 5 Euro. 15 Euro. 10 Euro. Einverstanden. Zuerst ist es gut. Gut. Danke. Bitte. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Jetzt Teile für die Rollen. Und jetzt rennen wir die auch noch wieder davon. Na geh, so ein Scherz. Na, wo bleib ich? Aber lass es mich in Ruhe. Ich hab nur gefragt. Äh, entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht noch ein Rollen Klopapier drüben für mich, was man bei einem kennt, ne? Nein, ich hab keine mehr. Okay. Na, das war ein Scherz. Ein Rollen ist noch da. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Jetzt schrecken Sie mich nicht immer so. Geht schon, ich bin bereit. Was ist Ihnen wert? Schon wieder ein Scherz. Jetzt lassen Sie endlich einmal die Scherze. Das ist kein Scherz. 20 Euro. Jetzt reicht es mir. Ich hab ja eh schon gezahlt. Aber nur für ein Rollen. Na ja, na gut. Da haben Sie 5 Euro. 15 Euro. 15 Euro. Sehr verdammter Bucher. Ich muss dringend rein auf eine Besprechung. Na gut, dann sind wir 20. Was? Das war ein Scherz. Der nervt mich mit seinem Scherz. Jetzt. Wie schaut's aus? Gibt's einen Mengenrabatt? Gibt's erst ab 5, Freund. 10 Euro oder Finger. Sie können selber entscheiden. Naja, gut. Was soll ich machen? Mit einer braunen Untergatte kann ich da nicht einige auf eine Besprechung. Schauen wir mal, was ich noch hab. Na gut, da haben Sie den Zehner. Danke. Danke, danke. Danke. Jetzt schaut's nicht da so rein. Das ist so interessant, wenn man weiß, ob man es inzwischen schaut. Herz, ich hab noch 5 Tücher. Jetzt lass es mich in Ruhe. Und jetzt schnell eine zur Besprechung. So. Das ist 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 so.